Was mich an der Arbeit sehr motiviert und mir richtig Spaß macht, ist, dass ich jeden Tag etwas Neues lerne. Was für mich ein großer Vorteil war, war, dass ich neben dem Studium teilzeit bei Grand Thornton arbeiten anfangen habe können. Meine Arbeit bei Grand Thornton bedeutet mir, dass ich meine Passion für Finanzen mit dem täglichen Arbeiten zusammenbringen kann. Was mich an der Arbeit bei Grand Thornton motiviert, ist, dass ich mit einer kleinen Gruppe arbeite, mit einer Hiérarchie, die eher horizontal ist, wo wir mit Partnern, die auf den Mandaten sind, und wir arbeiten zusammen, um eine bessere Lösung zu erreichen. An meinem Job gefällt mir besonders, dass wir in viele verschiedene Unternehmen hineinsehen, dass wir nahe an den Kunden arbeiten und dass wir die Arbeit als Team erledigen können. Besonderes Stolz macht mich, dass Grand Thornton stetig am Wachsen ist und so auch ich die Chance bekommen habe, um immer mehr Verantwortung zu übernehmen in den letzten paar Jahren und so ein eigenes Team führen zu können. Grand Thornton zeichnet sich aus, dass es ein Arbeitgeber ist, der sehr divers ist international. Das ist für mich ein inspirierendes Arbeitsumfeld. Unsere Kunden schätzen besonders, dass Grand Thornton gute Qualität liefert, dass wir pragmatisch sind, zuverlässig und sicher auch unsere Agilität. Ich habe Spass, internationale Investoren und Unternehmer zu beraten, das aus einer Steuerperspektive, sodass sich der Kunde vollumfänglich auf sein Geschäft konzentrieren kann. Mich macht es besonders stolz, bei der grössten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Liechtenstein arbeiten zu können und gleichzeitig einen Arbeitgeber zu haben, der so viele Möglichkeiten gibt, sich persönlich weiterzuentwickeln. Ein grosser Vorteil von Grand Thornton ist, dass sie Arbeitsmodelle bieten, die mit der Zeit gehen. Grand Thornton ist, dass sie in der Zeit gehen. Grand Thornton ist, dass sie in der Zeit gehen.